Das Spiel ist GTA und wir machen genau das Gegenteil, was GTA ist. Nein! Das ist nicht passiert, oder? Steig aus, Franken! So, jetzt! Jo Leute, was geht? Heute gibt es wieder ein weiteres Video auf meinem Kanal und heute gibt es nämlich GTA 5 in der kinderfreundlichen Version. Falls ihr euch fragt, was ist das eigentlich, Leute? Diese Mod, Leute, die ich installiert habe, sorgt dafür, dass man in GTA 5 quasi nichts machen kann, was GTA 5 ausmacht. Und zwar natürlich die ganzen Sachen, die ab 18 sind und so, Leute. Und zwar ist das Spiel jetzt tatsächlich komplett kinderfreundlich. Ich werde euch alles zeigen, Leute, was wir in dieser Episode heute machen oder nicht machen können. Zum Beispiel, Leute, versuche ich hier einfach in ein Auto einzusteigen und ihr seht, ich kann, ich drücke die Taste und es passiert nichts. Ich kann einfach nicht einsteigen. Aber wie gesagt, wir schauen uns mal alles an, Leute, was in dieser Episode heute passiert. Falls es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr eine weitere Episode sehen wollt. Und wenn ihr neu seid, Leute, lasst auf diesem Kanal ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 700.000 Abonnenten und folgt mir auf Instagram, Leute. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ihr könnt es natürlich schon erkennen, dass wir heute mit Franklin Clinton am Start sind. Und ich dachte mir so heute, yo, wir versuchen jetzt folgendes. Und zwar eine Challenge, Leute. Wir versuchen nämlich in dieser Episode entweder uns selber zu erledigen oder einen anderen Spieler. Und ich sage euch, wir werden es heute nicht schaffen. Zum Beispiel, hier sind so zwei Leute, mit denen könnten wir theoretisch sprechen. Yo, was geht? Hallo? Hey, ich kann euch nicht angreifen. Moment mal kurz, kann ich... Als ob! Okay, warte mal, aber ich habe doch wenigstens, äh, okay, unbewaffnet, Golfschläger, Taschenlampe. Das ist alles, was wir haben. Taschenlampe und Golfschläger. Aber Leute, immerhin mit dem Golfschläger kann ich doch hier attackieren. Hä? Es geht nichts! Also ihr seht, ich kann laufen, springen, aber ich kann nicht schlagen. Ich kann einfach nicht schlagen, Leute. Alles klar. Das heißt, das Spiel nimmt mir quasi die Möglichkeit, dass ich andere Leute einfach schlagen kann mit dem Golfschläger. So, aber ich glaube, dass wir trotzdem noch in ein Auto einsteigen können. Ich glaube, dazu müssen wir diese Taste drücken. So, warte mal. Lol. Franklin steigt ein. Franklin steigt ein. Ey! Wir fahren aber nicht. Der NPC fährt. Sie hat uns eingeladen in das Auto und jetzt sind wir mit ihr unterwegs. Alles klar? Äh, dann markieren wir mal hier kurz einen Wegpunkt. Fahr doch mal hier um die Ecke für mich. Kannst du das machen? Hey, das ist ja mega cool, Leute. Wir können ihr Auto einfach nicht klauen. Wir können nur mit ihr mitfahren. Das Spiel heißt GTA und wir machen genau das Gegenteil, was GTA ist. Fährt sie links? Ich hoffe, sie fährt links. Alles klar, weißt du was? Lasst mich doch mal jetzt kurz selbst ansteuern. Ich drücke jetzt einfach dazu diese Taste, die Endtaste. Und jetzt haben wir quasi die Plätze gewechselt, Leute. Wir haben einfach die Plätze gewechselt. Die Frau ist hier und es ist alles cool. Sie will nicht aussteigen oder so, Leute. Es ist alles komplett familienfreundlich einfach, Leute. GTA ein familienfreundlich. Und zwar versuchen wir jetzt folgendes. Wir versuchen jetzt mal das Auto hier zu crashen und... Es nimmt keinen Schaden. Es nimmt dann keinen Schaden. Okay, Leute, aber wisst ihr wenigstens, das muss gehen. Wir müssen doch eine Person mit dem Auto anfahren können. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Modentwickler irgendwas hier installiert hat, dass wir diese Person hier nicht erledigen können. So, pass mal auf. So. Hä? Hä? Das ist ein Hack. Das geht gar nicht. Als ob. Er läuft auf meiner Mutterhaube. Ich kann nichts kaputt machen. Die Autos, die kriegen nur leichte Kratzer, aber an sich gehen die auch nicht kaputt. Warte, aber wenn wir mit der maximalen Geschwindigkeit gegen eine Person fahren, dann wird es doch... Wir probieren es nochmal. So, jetzt versuchen wir aber mit hoher Geschwindigkeit gegen diese Person zu fahren. Und was passiert? Sie fliegt hoch und... Sie ist einfach am Laufen. Wir könnten ihr keinen Schaden zufügen. Wir können gar nichts machen. Und die Person da links, ne, im Wahlfahrer sitzt, sitzt einfach weiterhin noch ganz gechillt in einem Auto drin. So kann ich aber echt... Ich kann einfach nichts machen. Leute, ich schiebe sie. Ich schiebe sie einfach. Was ist das für eine Mod, Leute? Das geht ja 5 ab 6 oder ab 0 Jahren. So, okay, Leute. Natürlich über Rot fahren. Das geht ja wohl noch. Das ist das Einzige, was wahrscheinlich noch geht. Aber an sich kann ich einfach sonst niemandem irgendwas antun. So. Oh, Junge, Junge. Okay, das geht nicht. Es muss doch einen Weg geben, wie man die erledigen kann. Ey, ich hab ne Idee. Wir gehen zur Emanation. Die haben bestimmt noch offen für uns. Es ist fast GTA. Es ist so noch GTA. Aber ohne dieses Feeling, dass man irgendwas zerstören kann oder jemanden erledigen kann. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt. Ich blockiere mal die Straße. Tut mir leid. So, was macht die Frau? Sie bleibt einfach sitzen. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt in den Emanation. Es ist zu. Emanation ist zu. Die haben Emanation aus dem Spiel genommen. Ich hab auch nichts anderes. Ich hab nur Golfschläger, Taschenlampe und Unbewaffnet. Moment mal, Leute. Das muss doch irgendwie zu regeln sein. Ich modde mir mal kurz ein paar Waffen in das Spiel rein. So, Give All Weapons. So, jetzt haben wir alle Waffen. Das müsste doch jetzt gehen. Hä? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist wirklich alles weg. Ich kann auch keine Waffen dazu tun. Alles klar. Wir können keine Waffen reintun. Wir können quasi keine Leute erledigen. Wir können... Was können wir denn machen? Können wir uns wenigstens vielleicht selbst erledigen? Oh mein Gott, Leute. Ich hab die Idee des Jahrtausends. Und zwar versuchen wir nämlich, unsere Beifahrerin jetzt einfach in dem Auto drinnen zu lassen und dann in den Pier vom Vespucci Beach reinzufahren. In das Wasser. Und das muss das Auto zerstören. Und das muss auf jeden Fall auch die Person dort drinnen festhalten. Also, so können wir diese Version auf jeden Fall austricksen, Freunde. Das muss funktionieren. Wenn die das bedacht haben, glaube ich nicht. Komm. Er bleibt noch auf dem Motorrad drauf. Komm, Motorradfahrer. Als ob. Achtung. Die fliegen nur so leicht in die Luft, aber an sich nichts. Ich kann kein Auto zerstören. Ich kann sie nicht explodieren. Ich kann die Person auch nicht zerstören. Oh. So. Wir gehen mal zum Vespucci Beach. So, Freunde. Seid ihr bereit? Wir fahren jetzt auf jeden Fall mit der maximalen Geschwindigkeit direkt durch den Pier ab in das Wasser. Und ich bin mir sicher, dass das Auto jetzt unter Wasser dann kaputt geht. Wir müssen irgendwie es hinkriegen, dass das Auto kaputt geht. Und wir sind jetzt auf dem Weg. Und wir springen. Und. Nein. Nein. Das ist nicht passiert, oder? Können wir das nochmal machen? So. Und. Wollen die mir jetzt ernsthaft sagen, ich kann das Auto nicht zerstören? Ey. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Das ist. Das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch. Kennt ihr diese Folge aus Spongebob, Leute? Wo die auf dem Schiff vom fliegenden Holländer sind und die dann so runterspringen und dann automatisch wieder von oben da drauf landen. Genau so fühle ich mich. Ich muss doch wenigstens ins Wasser reinkommen. Äh. Nein. Äh. Also. No. No way. Ich kann doch wenigstens dann selber reingehen, Leute. Und keine Sorge, ich habe Godmode deaktiviert. Also wir müssen doch jetzt wenigstens es hinkriegen, uns selbst zu ertrinken, oder? Also wir warten einfach mal ab, bis die Luft unten links uns ausgeht. 6,5 Stunden später. So. Okay. Unten links seht ihr es, Leute. Die Luft geht uns jetzt aus. Ich verliere kein Leben. Ich kann nichts machen. Alles klar. Mordentwickler. Du hast mich auch in diesen Punkt geschlagen. Aber keine Sorge. Wir werden es in dieser Episode schaffen, einen zu erledigen oder uns zu erledigen. Es muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein. So. Mein nächstes Experiment ist, Leute. Wir versuchen jetzt vom Macebank Tower quasi runterzuspringen und den Fallschirm nicht zu öffnen. Ich bin mir sicher, dass der Entwickler dann nicht daran gedacht hat, irgendwas dazu entwickeln, dass wir, äh, sag ich mal, jetzt das nicht überstehen. So, komm. Springen. Ey, der hat den Fallschirm automatisch geöffnet. Aber nein. Ich habe eine Idee, Leute. Ich werde den Fallschirm nämlich jetzt. So. Ja, was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Ich habe keine Hände hier. Alles klar. Jetzt klatschen wir jeden Moment auf. Boah, was? Der hat den Fallschirm einfach aufgemacht, automatisch. Nein. Nein. Warte mal. Ich teste es nochmal. So. Ich stelle mich hier hin. So. Jetzt. Er macht den Fallschirm automatisch auf. Ich glaube es ja nicht. Können wir den wenigstens aus dieser Höhe? Ey, er kann sich nicht mal einen Millimeter Schaden zufügen, der Franklin. Können wir Autos klauen? Oh. Es ist nicht klauen. Das Auto war offensichtlich offen, ne? Okay. Aber warte mal. Können wir es schaffen? Hallo? Sie da. Steig ein. Er steigt ein. Steig ein. Steig mal ein. Komm. Will er einsteigen oder nicht? Oh. Es kommt tatsächlich, Leute. Okay. Er steigt ein. Sie steigt ein. Die andere Frau würde wohl doch gerne auch einsteigen. Hä? Sie hat keine Beine. Hallo? Warum haben sie keine Beine? Okay. Wir haben zwei Personen im Auto. Jetzt haben wir noch eine dritte Person, die einsteigen will. Alles klar. Leute, voll beladenes Fahrzeug hier am Start. Und ich habe eine Idee, wie wir es als nächstes machen. Und zwar, ihr alle wisst ja, es gibt nur die Explosivtanks in GTA. Wenn man dagegen fährt, dann explodiert es. Und ich bin mir sicher, das muss der doch nicht beachtet haben, oder? Wir sind jetzt direkt in der Nähe von einer Tankstelle. Und da fahren wir jetzt einfach straight drauf mit dem Auto. Ich bin mir sicher, dann explodiert auch unser Auto. Dann haben wir unsere Mission für das heutige Video erfüllt, ey. Ich werde das Video hier nicht beenden, Leute, bis wir diese Challenge nicht geschafft haben. Und wenn wir es nicht schaffen, dann muss ich aufgeben. So, hier ist eine Tankstelle, Leute, und wir fahren jetzt direkt dagegen. Jetzt muss es explodieren. Es ist explodiert. Ich habe es geschafft. Aber das Auto ist nicht kaputt. Kann ich nicht wenigstens so machen? Warte mal. Okay, wir probieren es folgendermaßen. Ich steige hier aus dem Auto aus. Die Passagiere bleiben drin. Und ich gehe jetzt in das andere Auto rein. Fahre es gegen die Tanksäule. Und dann muss es doch explodieren. Das ist der verrückteste Mod, die ich je gesehen habe. So, jetzt. Ah, nochmal. So, und dagegen. Ja, Bruder. Da muss ich aber ganz schnell los. Offensichtlich können die Dinger Explosionen aushalten. Man kann den Leuten nichts tun. Ist das Feuerwehr? Jawohl, das ist Feuerwehr. Leute, was kann man denn noch machen in dem Spiel? Ich weiß. Wir können gegen den Zug fahren. Oh, ich habe noch eine bessere Idee. Auf dem Highway kann ich mich ja treffen lassen. Das kann der unmöglich überstehen, Leute. Ihr seht hier schon diesen LKW. Der wird auf uns jetzt zukommen. Und ich werde seinen Weg kreuzen. So, und jetzt gehen wir auf den Weg. Und... Jetzt sind wir gerade durch den Durchgeglitscht. Und... Als ob. Ich weiß, es klingt komisch, Leute. Warum sollte ich das selber machen in GTA? Aber es geht nicht. Ich kann es nicht machen. Das ganze Video versuche ich schon entweder Franklin zu erledigen oder irgendjemand anderen. Und es geht nicht. GTA ist clean. Das ist echt die cleane Version von GTA 5. Was ich ebenfalls gemerkt habe, weil wir halt hier keinen Schaden anrichten können, gibt es auch keine Polizei in GTA 5. Das bedeutet, all das ist entfernt worden. Können wir denn wenigstens hier über das Wasser fahren? Also ich meine, das Wasser macht das Auto ja offensichtlich nicht kaputt, oder? Das ist wohl ein Witz. Das ist ein ziemlich schlechter Witz. Ich bin einfach auf die nächstmögliche Straße teleportiert worden. Okay, Leute. Nächster Plan. Das muss jetzt funktionieren. Wir stellen uns jetzt mit unserem Auto bzw. mit Franklin alleine vor den Zug. Dann muss doch unser Auto explodieren. Oder wir müssen explodieren. Wir müssen explodieren. Warum habe ich gesagt, wir müssen explodieren? So, ich stelle mich hier hin, Leute. Der Zug kommt gleich. Steig aus, Franklin. So. Jetzt. Jetzt. Jawohl. Nein. Was? Es wurde alles gepatcht. Leute, das ist quasi GTA 5, wie es in 50 Jahren ist, wenn hier alles, wie nennt man das? Alles Family Friendly ist. Lass mich jetzt ans Steuer. So. Alles klar. Ich habe noch eine einzige Idee, Leute. Das ist die letztmögliche Idee, wie wir irgendeine Person hier in diesem Video erledigen können. Oder uns selbst. Und zwar müssen wir den Wagen auf den Motor fallen lassen. Aus hoher Höhe. Das probieren wir jetzt. So. Wir fallen jetzt. Alles klar, Leute. Motor ist natürlich vorne. Sterne. Perfekter Einschlagswinkel. Und. Nicht mal ein Kratzer. Also, ein kleiner Kratzer. Aber nicht mal irgendwas ist kaputt. Ihm geht's gut. Das ist die langweiligste Version von GTA 50. Ich eh gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie ist es doch trotzdem ganz cool. So. Ich probiere mal folgendes, Leute. Man muss sich doch wenigstens Sterne in GTA... Es geht nicht. Die Sterne werden mir direkt entfernt. Was, was, was kann ich denn dann machen? Also, Freunde. Falls ihr GTA 5 meine Videos schaut und selber nicht spielen dürft. Zeigt dieses Video bitte euren Eltern. Dann werdet ihr sehen, dass GTA 5 an sich doch ein sehr kinderfreundliches Spiel ist. Es ist wirklich so. Es ist einfach wirklich so, Leute. Diese Mod macht GTA 5 kinderfreundlich. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß, wo wir hingehen. Vanilla Unicorn, Leute. Da müssen wir rein. Die können diesen Laden nicht vor uns verstecken. Wir müssen da reingehen können. So. Okay. Türsteher ist schon mal da. Ich habe gehört, dass jemand einen Fallschirm aktiviert hat. Alles klar. So. Hallo? 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 Nein. Nein. Ihr habt die Tür von Vanilla Unicorn abgeschlossen. Es geht einfach gar nichts. Oh mein Gott. Ich habe die Idee. Da ist ein Hubschrauber. Den kriegen wir geschrottet. Den kriegen wir geschrottet, Leute. Den werden wir einfach gegen ein Flugzeug fliegen. Oder fahren. Hallo? Let me einsteigen. Dankeschön für einsteigen. Auf der... Oh, Leute. Passt mal hoch. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Jawohl. 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 Nein. Als ob. Ich kann aber meinen Hubschrauber selber zerstören, oder? Als ob. Als ob. Die das gemacht haben. Ich kann nichts zerstören. Lol. Hier sind Türen? Hä? Als ob hier Türen sind. Ich kann meinen Hubschrauber nicht selbst zerstören. Das gibt es ja wohl nicht. Eine Sache. Eine Sache will ich noch probieren, Leute. Das ist aber die letzte Hoffnung. Dann habe ich echt keine Hoffnung mehr. Hier diese Benzintanker. Die zerstören das Ding noch. Komm. Komm. Jawohl. Nein. Nein. Ey, komm schon. Ich muss doch irgendwas machen können. Wir haben hier noch Flugzeug da hinten, aber da kann ich auch nichts machen, oder? Dagegen fliegen. Geht's kaputt? Offensichtlich nicht, Leute. Ich geb's auf. Ich geb's offiziell auf, Leute. Dieses Spiel ist absolut freundlich. Das kann ich jetzt approven, Leute. IDZock approved. Dieses Spiel ist jetzt, Leute, komplett kinderfreundlich. Ich kann nichts machen. Das Spiel ist quasi leer. Das ist kein GTA mehr, Leute. Aber ich würde an der Stelle sagen, Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Mod in die Kommentare. Ich fand's ein persönlich richtig cooles Experiment in GTA. Falls ihr weitere coole Experimente in GTA 5 und solche Mods haben wollt, dann, Leute, vergesst diesen Kanal nicht einfach ein Abo da zu lassen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Ich würde gerne sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Folgt mir auch unbedingt, Leute, hier auf Instagram. Dankeschön an über 80, also 81.000 Follower. Wir sind auf dem Weg zu 100.000 Followern. Wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Freunde. Ciao.